Das Mädchen muss mir selbst gefallen haben. Das hat mit Liebelei oder sowas noch überhaupt nichts zu tun gehabt, aber dieses Gefühl, Mensch. Er möchte nicht Bilder, die wehtun, sondern Bilder, die schön sind, Erbauungsbilder, Andachtsbilder, Heiligenbilder, sowas in der Art. Manchmal sage ich so aus Spaß, ich wäre vielleicht Verkäuferin geworden und hätte drei Kinder gekriegt, einen dicken Hintern und das wäre mein Leben gewesen. Aber er hat mich eigentlich am Anfang geformt zum Erwachsenwerden. Ja, das ist so ein Lieblingsbild von mir hier. Entlofft es. Schon verrückt, was ich da so kennengelernt habe. Ich habe total das Gefühl, dass ich die Bilder als Frau, dass ich als Frau andere Frauen angucke und die schön finden darf. Und oft ist es so bei Aktbildern, dass man immer das Gefühl hat, die sind für Zielgruppe Mann. Und so rüstest du hier. So rüstest du dran. Und den Blick hierher. Bleib so. Ja, bleiben. Riab Katherine GAGA Costa Ua Costa Ua references haben Du